Hey und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Und zwar dachte ich, nehme ich euch ab heute eine Woche lang mit und zeige euch, was ich esse bzw. was wir essen. Ich zeige euch einfach jede Kleinigkeit und es wird dann halt ein What I Eat in a Week. Genau, ich dachte, ich fange jetzt einfach damit mal an. Wir haben jetzt gerade halb elf und wir haben noch nicht gefrühstückt. Ich werde jetzt Frühstück machen und das zeige ich euch dann gleich. Max wird jetzt noch ein bisschen O-Saft pressen und ich werde hier ein bisschen Gemüse entpressen. Das wird dann auch ein Saft. Sieht jetzt vielleicht nicht ganz so lecker aus, aber ist wirklich was? Entsaften. Ups. Und genau, sieht jetzt vielleicht nicht ganz so lecker aus, diese Kombi, aber schmeckt wirklich gut. Und dafür benutzen wir unsere Karaffen. So, die Säfte sind fertig. Einmal die zwei, die ich entsaftet habe und der Orangensaft. Und ja, das hier ist der Rest von meinem Saft. Sieht sehr, sehr appetitlich aus. Ähm, ja lecker. So, ich glaube irgendwie zwei Stunden, es sind mittlerweile zwölf, eine Stunde später sind wir jetzt auch mal fertig. Das hier ist jetzt mein Essen, wenn das mal scharf stellen würde. Ihr seht ganz viel Obst und, ja, Brot. Bei Max sieht es so ähnlich aus. Dann haben wir hier noch den roten Saft, den wir jetzt selber gemacht haben und ich habe noch einen Tee. Ich würde sagen, wir probieren einmal den Saft. Wir haben den noch nie selber gemacht. Geht. Geht? Ja, schmeckt irgendwie ein bisschen süßer, aber... Ja, da ist der Smoothie noch, der Smoothie noch drin. Wir haben dann noch den Rest von Max Smoothie reingemischt. Deswegen ist er vielleicht ein bisschen süßer, weil der muss da auch weg. Ich probiere auch mal. Schmeckt echt viel Salz. Boah, der schmeckt echt viel süßer. Aber der riecht genauso. Ja, genau. Und Max hat noch jeweils fünf Kurkuma- und Gerstengraskapseln. Ich habe es mittlerweile aufgegeben. Max zieht es noch durch. Dann wir die Packung noch leer machen. Dann werden wir neu stellen. Achso, dann werden wir sogar noch mehr neu stellen. Ich finde es so eklig. Nicht mal die Kapseln kann ich noch nehmen. Aber ich würde sagen, guten Appetit. So, mittlerweile haben wir irgendwie schon halb vier. Und wir haben Hunger bekommen. Wir haben uns jetzt Pommes in den Backofen gemacht. Und machen dazu Guacamole. Weil wir in Holland einmal in so einem amerikanischen Restaurant waren. Und American Fries mit eben Pommes, einer Soße und Guacamole gegessen haben. Und das hat uns so lecker geschmeckt. Deswegen wollten wir das Ganze mal nachmachen. Und genau, wir sind jetzt gerade dabei, die Guacamole zu machen. Die Pommes sind im Backofen. Und genau, ich zeige euch gleich mal, wie das Ganze aussieht. Es war auf jeden Fall super lecker. Und da wir nicht wissen, was die Soße oben drauf war, nehmen wir einfach diesmal Mayonnaise. Wir haben jetzt die vegane Mayonnaise zum ersten Mal probiert. Und Alter, wir waren gerade so geschockt, wie gut die einfach schmeckt. Die hier haben wir ausprobiert. Die schmeckt einfach 100% wie McDonalds-Mayonnaise, finde ich. Deswegen werden wir, denke ich mal, ab jetzt... Die hier nehme ich jetzt auf 20... Wie viel? 20 Gramm. 20 Gramm weniger Fett drin. Also richtig krass. Ich war richtig schockiert, dass eine richtige Mayonnaise 70 Gramm sind. Ja. So sieht jetzt unsere Guacamole aus. Mega lecker. So, das Essen ist fertig. Wir stellen gerade noch mal ein paar mehr Pommes rein, weil ich irgendwie ein bisschen zu wenig gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, was ich mir dabei dachte. Das sieht verheiratet aus. Aber es sieht so lecker aus. Ich zeige euch das mal. Und zwar haben wir jetzt Pommes, hier die vegane Mayo und unsere Guacamole. Ich hoffe, das schmeckt so wie in Holland. Das war nämlich so unglaublich lecker. Ich würde sagen, guten Appetit. Mittlerweile haben wir schon 7 Uhr. Wir haben jetzt fast aufgegessen. Und mir ist gerade eingefallen, dass ich dann auch das Video hier mache. Auf jeden Fall, ja, dachte ich, mache ich mir eigentlich nur einen Joghurt. Und Max wollte irgendwie Pizza... Dann kommt der böse Max und überredet sich dann eine Pizza zu essen. Dann eine Pizza reingestellt. Jetzt haben wir die zu zweit aufgegessen. Eine Pizza. Ja, bis zu zweit aufgegessen. Ja, ich wollte nur sagen. Und genau, dann machen wir gleich trotzdem nochmal einen Joghurt und zeige euch das dann. Aber erstmal essen wir jetzt die Pizza auf. Also es gibt jetzt noch hier Joghurt. Das ist Max Schale. Wundert euch nicht. Meins sieht jetzt so viel aus, weil ich sehr viele Erdbeeren drin habe. Max hat eher auch zwei Erdbeeren, aber eher Himbeeren. Und ich habe hier noch so ein Müsli. Sieht mehr aus, als es ist. Aber ich würde sagen, guten Appetit. So, wir haben den nächsten Tag. Wundert euch nicht. Ich habe mich noch nicht fertig gemacht. Heute ist Sonntag und wir haben einfach mal richtig ausgeschlafen. Wir sind erst um 10 aufgestanden. Aber jetzt gibt es Frühstück. Ich zeige euch mal, was es heute bei uns gibt. So sieht einmal mein Teile aus. Ich habe Brot mit veganer Mayonnaise, Ei und dann ganz viel Zwiebel und noch ein bisschen Weintrauben. Ich habe einen Tee und den Saft, den wir gestern gemacht haben. Max hat einen Ingwer-Shot und den Saft. Und wieder seine Kurkuma- und Gerstengraskapseln. Und ein Toast mit Eiern und ganz viel Zwiebeln. Ich würde sagen, guten Appetit. Guten Appetit. Und das Mittagessen wird heute auch sehr, sehr lecker. Darauf freuen wir uns schon richtig. Ich zeige das später mal. Das Rezept an sich habe ich mal von Dagi Bee gesehen. Und das hat mir nachgemacht in vegetarisch. Und es ist so, so lecker. Also guckt es euch unbedingt an. Ihr müsst es unbedingt nachmachen. Es ist wirklich lecker. So, wir wollen jetzt Wraps machen. Die hatte ich, wie gesagt, bei Dagi Bee gesehen. Und dafür brauchen wir einmal hier Wraps. Wir haben jetzt Vollkornwraps genommen. Dann eine Tomate, eine Zwiebel, Eisbergsalat. Wir haben jetzt hier so veganes Hackfleisch genommen. Dann noch einmal Käse-Dip. Ein bisschen Käse. Das hier ist ein Gewürz. Ein paar Tortilla-Chips und Aocado. Die Guacamole, die wir auch gestern hatten, ist schon fast fertig. Und jetzt werden wir hier das Hackfleisch anbraten. Wir haben jetzt kein Öl, deswegen nehmen wir das hier. Aber das werden wir jetzt erstmal anbraten. Jetzt werden wir es belegen, falls ihr das ganze Rezept sehen wollt. Oder euch irgendwas nicht klar ist. Guckt auf jeden Fall bei Dagi Bee vorbei. Ich habe einfach Dagi Bee Wrap in die Suchleiste bei YouTube eingegeben. Und dann kann das Video schon. Und das machen wir jetzt mal. So, drei Stück sind es jetzt geworden. Und die werden wir jetzt nochmal schnell anbraten. Und so sieht das Ganze dann aus richtig lecker. Das sind jetzt zwei Stück. Den einen haben wir da zur Seite gelegt. Und ich würde sagen, guten Appetit. Die sind übrigens echt sehr nice. Ja, die sind sehr, sehr lecker. So, es ist schon der nächste Morgen. Wir haben jetzt heute Nacht zwölf. Und wir haben noch nicht gefrühstückt. Das lag daran, dass die Menschen vom Ofenbau, whatever, da waren. Und uns unseren Ofen angeschlossen haben. Ich wollte noch eine kleine Sache zu gestern sagen. Und zwar zu dem Hackfleisch, zu dem Vegan. Das kann ich euch leider nicht empfehlen. An sich die Sachen von der Marke, das, was wir probiert haben, so Giros und Dönerfleisch und so, das ist richtig geil. Aber das Hackfleisch kann ich echt nicht empfehlen. Das sah aus und hat auch gerochen wie Katzenfutter. Und es hat auch leider nicht besser geschmeckt. Und genau, das kann ich euch nicht empfehlen. Aber es gibt noch andere leckere vegetarische Hackfleisch-Sorten. Also Hackfleisch-Firmen, beziehungsweise Hackfleisch-Produkte, die ich ja sehr gut finde. Da müsst ihr euch aber auch einfach selber dann durchprobieren. Aber das von gestern kann ich echt nicht empfehlen. An sich gibt es wieder dasselbe. Also Brot mit Ei und Lauchzwiebeln und ein bisschen Schnittlauch. Ich habe noch ein paar Weintrauben. Das liegt daran, dass das die letzten zwei Eier jetzt sind und die müssen weg. Ich weiß nicht jetzt, bis wann die haltbar sind. Deswegen dachte ich, lieber weg, bevor sie schlecht sind. Und dazu gibt es dann noch hier unseren frisch gepressten O-Sapt. Max hat wieder ein enger Shot. Ich mache mir gleich wieder einen Tee. Und Max hat auch wieder seine Kapseln. Ich zeige euch das gleiche aber nochmal. Aber im Prinzip das gleiche wie gestern. Und so sieht jetzt mein Frühstück aus. Und das hier ist Max' Frühstück. Jetzt warte ich nur noch auf ihn. Und dann gibt es Essen. Und wir machen jetzt unser Mittagessen. Ja, wir machen heute Dönersalat. Hört sich eigentlich voll ungesund an, ist aber eigentlich ganz gesund. Es hat einfach Salat mit veganem Dönerfleisch. Und wir machen gerade selber Pommes dazu. Ich schneide die Kartoffel einfach in solche Scheiben. Es werden dann halt solche Pommes. Und dann würze ich das. Und dann kommt es einfach in den Backofen. So sehen jetzt unsere selbstgemachten Pommes aus. Sieht eigentlich ganz lecker. Ich würde sagen, wir probieren mal eine. Heiß, 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 heiß. Ich finde die voll gut. Willst du auch probieren? Ist halt eine gesunde Pommes. Gerecht voll klar. Ja, ne? Hier haben wir dann für Max' noch so veganes Dönerfleisch. Ich will heute nichts. Hier haben wir eine Soße. Und unseren Salattomaten für mich. Und noch ein paar Gürkchen. So, das hier ist jetzt mein Teller. Und das hier ist der von Max. Max hat gleich noch eine Portion. Also er wollte nicht so viel auf einmal. Aber hier haben wir noch ein bisschen Salat, Fleisch und Pommes für dich übrig gelassen. Ja, aber ich würde sagen, guten Appetit. So ist es mittlerweile 7 Uhr. Wir haben uns jetzt noch einen kleinen Snack gemacht. Max hat sich tiefgefroren, einen Ananas genommen. Ich habe hier irgendwie einen Fleck. Und ich habe mir Dinkelzwieback genommen, habe Mayo drauf gemacht und Tomaten. Hört sich jetzt vielleicht nicht so lecker an, aber es ist so, so lecker. Eigentlich reibt man das Zwieback auch noch mit Knoblauch ein. Aber da wir jetzt schon so spät haben, lasse ich es lieber mal. Aber an sich finde ich das mega, mega lecker und ich liebe es. So sieht das aus. Ich habe mir so drei Stück gemacht, weil ich nicht so viel essen möchte. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. So und der nächste Tag und Frühstück ist fertig. Wir haben hier wieder Toast. Diesmal mit veganen Frischkäse und vegetarischer Wurst, Weintrauben. Ein bisschen selbstgemachtes Brot von unten, auch mit Wurst. Ich habe hier noch wieder meinen Tee. Wir haben beide Saft. Wir haben hier noch einen Kaffee stehen. Der muss weg. Der hat sich mal geholt, als wir lange gefahren sind. Der muss jetzt halt langsam weg. Max hat auch einen Saft. Wieder ein Ingwer-Shot. Seine Kapseln, ein Toast mit Wurst und auch selbstgemachtes Brot. Mittag, Essenzeit, wir machen uns die gerade Bratkartoffel. Schreibt eigentlich nachher rein, welcher Tag ist. Ja. Okay, perfekt. Und dazu gibt es vegane, vegane Sachen, ne? Ja, das ist vegan. Vegan-Würstchen, die haben wir noch nie probiert. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass sie schmecken. Ich habe bis jetzt so viele vegane, vegetarische Wurst, also Würstchen probiert. Und davon haben wir gar nichts geschmeckt. Und so sieht das Essen aus. Die riechen erstaunlich gut. Wir haben beide Mayo und Curry-Ketchup. Dann Bratkartoffeln mit ein paar Zwiebeln und Schnittlauch. Und oben drum Basilikum und genau. Ich bin sehr gespannt. Ich gehe raus. Wir werden euch berichten, wie die Wurst schmeckt. Wir haben gleich halb acht. Ich mache ihn gerade dabei, unser Abendessen zu machen. Ich mache uns Sandwiches. Ich zeige euch das mal. Hier sind gerade schon zwei für Max drin. Da sind nochmal zwei, also zwei Brothälften, beziehungsweise immer ein ganzes Brot. Und ja, das hier ist eine Hilfe für mich. Ich denke mal, ich werde nicht alles aufessen. Max, da weiß ich auch nicht. Diese Steckdose hier ist übrigens mega praktisch. Wir haben jetzt zwar schon angefangen zu essen, aber so sieht das Ganze jetzt aus. Und genau, Max hat das Gleiche, halt nur ohne Tomate. Das waren übrigens jetzt ganz vier. Ja, das waren vier. Und halb hält uns das Licht dran. Genau, so sieht das Ganze aus. Wir haben Mittwochmorgen und zwar 11.19 Uhr und wir frühstücken jetzt. Wir haben das Frühstück gerade fertig gemacht. Ich zeige euch das mal. Max hat zwei Brote mit veganer Salami, Frischkäse. Auch vegan, Frischkäse. Also eigentlich, glaube ich, vegan. Dann hat er noch O-Saft. Ich habe ihm heute zwei gemacht. Ich habe aus Versehen mir auch zwei gemacht. Ich wollte mir eigentlich nur eins machen, aber weil ich Max zwei gemacht habe, habe ich irgendwie mir aus Versehen auch zwei gemacht. Auf jeden Fall habe ich eins mit Tomate, Basilikum und Kräuter und so und auch eins wie Max. Dann habe ich hier noch den roten Saft und einen Tee. Wundert euch nicht, die Waschmaschine läuft. Aber wir haben mittlerweile wie spät? 5 Uhr. Wir haben noch keinen Mittag gegessen. Deswegen, hier ist unser Essen. Ich habe einfach hier Nudeln mit so einer Tomate-Mozarella-Sauce. Da ist Tomate, Zwiebel und ein bisschen Basilikum drin. Und ich habe mir so ein bisschen bruschetta-mäßig was gemacht. Das ist Zwieback einfach mit Tomate, Zwiebel, Basilikum, Olivenöl und ein bisschen Gewürzen gemacht. Und Max hat die gleiche Nudeln mit der gleichen Soße und dazu noch Knoblauch-Baguette. Ich habe Hunger und ich habe Appetit. Wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute 12 Uhr und immer noch nicht gibt es den Schiff. Ich habe nicht mal geschafft, meine Haare zu machen. Auf jeden Fall bin ich gerade dabei, das Frühstück zu machen. Es gibt mir immer hier Dinkeltoast für Max 2 für mich eins. Diesen sind sogar nur eins, wirklich. Und heute werde ich vielleicht Salat selber machen. Ich habe das schon mal gemacht und ich finde, es schmeckt einfach relativ gleich. Wir brauchen einfach nur Mayonnaise. Wir haben jetzt hier eine vegane genommen. Dann brauchen wir noch Gurken, so eine vegetarische Wurst. Die gibt es auch im Veganer, also man kann das Ganze auch im Veganer machen. Und dann haben wir hier noch Gewürze und Pfeffer und Paprikagewürz. Und jetzt schneide ich erstmal die Wurst und die Gurken klein und mache Mayo da rein. So, dann haben wir jetzt die Wurst und die Gurken hier reingeschnitten. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Gurkenwasser und kipps da rein, aber echt nicht viel. So, dann hat jetzt noch Mayo und die Gewürze dazu. Bist ihr gucken, was ihr vielleicht noch in Gewürze reinmachen würdet. Aber das war es dann eigentlich schon. Sollte auf jeden Fall sehr, sehr gut schmecken. Und so sieht unser Frühstück jetzt aus. Max hat halt zwei Brote. Ich habe ein Brot und dafür ganz zu viele Weintrauben noch. Ich habe wieder einen Tee. Wir haben uns den restlichen Schluck Saft geteilt. Max hat noch einen Ingwer-Shot und wieder seine Kapseln. Und ein Energy-Drink. Ist es zwölf? Ein Energy-Drink zum Frühstück. Aber guten Appetit. Was wir übrigens gestern vergessen hatten zu zeigen. Gestern lief Bachelor und deswegen waren wir da irgendwie komplett, weiß ich nicht. Wir haben es auf jeden Fall nicht gezeigt. Wir haben gestern Abend kein Abendessen gegessen, aber dafür hatten wir uns... Also ich habe ein paar Pringles genommen und ich hatte auch so eine Tüte Chips. Ja, wir hatten also ein paar Chips gegessen. Es ist Punkt 16 Uhr und wir haben jetzt Zeit für Mittagessen. Also wir waren echt die ganze Zeit am Machen. Aber wir werden heute zum Mittag Burger machen. Max wollte unbedingt Burger. Und genau. So, das hier sind die Sachen, die wir brauchen. Einmal Burger-Brötchen. Für mich Tomaten. Ein bisschen Knoblauch. Zwiebel. Röstzwiebel. Wir haben jetzt eine vegane Snack-Soße. Veganer Mayo. Ketchup. Ein paar Gürkchen. Die haben wir heute... Also die machen wir heute selber zum ersten Mal drauf. Und das hier sind diese Fleisch-Klötze. Die ich nehme. Ich finde die hier bis jetzt am leckersten. Die sind auch vegan. Und ja, ich mag die einfach total gerne. Max mochte die hier noch mehr. Ich finde... Also mir sind die ein bisschen zu dick. Die sind nämlich echt richtig dick. Aber Max mag das gerne. Und deswegen nehmen wir für ihn die hier. Wir machen jetzt insgesamt vier Stück. Wir werden wahrscheinlich nicht anders schlafen. Aber den Rest kann man auch heute Abend noch essen. Und hier ist noch ein bisschen Salat. Unser Essen ist fertig. So sehen jetzt hier meine Burger aus. Und hier sind Max. Die sind sogar vegan. Ist uns gerade aufgefallen. Ja, wir haben beide einen Energy Drink. Und natürlich auch Wasser. Und es riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr hungrig. Guten Appetit. Wir haben Freitagmorgen. Und es gibt jetzt Frühstück. Wir haben 9 Uhr frühstücken. Um 9 Uhr. Das liegt aber nur daran, dass ich gleich einen Hautarzttermin habe. Und ja, deswegen frühstücken wir jetzt schon mal. Und ich zeige euch schon mal mein Essen. Ich habe nämlich hier Heidelbeeren, Weintrauben. Und hier drunter ist noch so ein Heidelbeer-Joghurt. Der muss weg. Deswegen esse ich das heute. Und dazu meinen Minztee. Und das hier ist das Essen von Max. Zwei Brote mit so einer vegetarischen Wurst, die wir gestern auch für Fleischsalat benutzt haben. Schnittlauch und veganer Mayonnaise. Und wieder so eine Kapsel. Es ist halb drei und es ist Zeit für Mittagessen. Ich habe schon richtig Hunger. Gibt es heute richtig lecker. Gekochte Kartoffeln und Fischstäbchen. Fischstäbchen in vegan. Und die sind wirklich sehr, sehr gut. Also hier sind einmal die Kartoffeln, die wir jetzt kochen werden. Oh, krass. Und das hier sind die Fischstäbchen. Die gibt es bei Aldi. Und die sind halt vegan. Da sind fünf Stück drin und sogar mit einer Remoulade, die auch vegan ist. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lecker. Also eine richtig gute Alternative. Und dann ist hier noch ein bisschen Frischkäse. Das werde ich jetzt mit diesen Kräutern hier anmischen. Das ist quasi so ein Dip. Und ich werde auch noch einen kleinen Salat dazu machen. Und so sieht das Essen jetzt aus. Max hat hier sein Essen. Wir haben beide noch einen Salat. Ich mit Tomaten, Max ohne Dressing, was zu trinken. Wir haben mittlerweile abends, wie man vielleicht erkennen kann. Und wir hatten gerade Abendessen. Und ich war so schlau und habe es nicht gezeigt. Wir hatten auf jeden Fall Pizza. Ja, genau. Ja, wir hatten letztlich Lust, irgendwie großartig was zu machen. Das war eine Pizza und zwei Pizza. Und ich habe ihn eingegessen. Heute ist Samstag. Wir haben heute irgendwie länger im Bett gelegen. Wir haben bis neun Uhr im Bett gelegen. Und jetzt ist es halb elf. Wir haben uns wieder Essen gemacht. Und heute ist einfach schon der letzte Tag, in dem ich euch mitnehme. Also, falls ihr einen zweiten Teil wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich finde sowas selber immer ganz cool. Dann kann man sich so ein bisschen Inspo holen, was man vielleicht kochen kann. Zum Beispiel, wir haben das jetzt ja vegetarisch gemacht. Das kann man aber auch alles super vegan machen. Aber ich zeige euch jetzt erstmal unser Frühstück. Und zwar, das sieht so leer aus, aber ich habe gar nicht so großen Hunger. Es gibt ein Brot mit wieder selbstgemachtem Fleischsalat. Dann haben wir gerade selber wieder Ursaft gepresst. Und ich habe wieder meinen Tee. Max hat wieder seine Kapsel hin. Das gab es gestern auch, ne? Nee, doch. Gestern? Vorgestern. Gestern hatte ich nur diesen Joghurt. Heute zum Mittag wird es richtig ungesund. Was machen wir? Was machen wir? Wir fahren zu den Burgerchen oder McDonalds. Das weiß ich jetzt noch nicht. Genau. Deswegen, das ist für ein Video. Also, das ist jetzt nicht so, weil wir einfach Lust drauf haben. Das ist für ein Ausnahme. Ja, genau. Ist für ein Video. So sieht jetzt unser Mittagessen aus. Also, das ist nicht alles ohne Fleisch. Deswegen essen wir das alles nicht. Aber hier sind schon so ein paar Sachen, die wir essen können, weil die ohne Fleisch sind. Ist jetzt eine Ausnahme. Guckt einfach bei Max Video vorbei. Es ist sehr, sehr lustig geworden. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit diesem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr den zweiten Teil sehen wollt, schreibt es gerne in den Kommentaren und hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.